Mit dem Kaffee-Vorautomaten E6 von Jura für nur 679 Euro bekommt ihr auf Knopfdruck den perfekten Cappuccino. Extra dazu bekommt ihr von uns noch den Original Jura Milchbehälter. Oder das Gaming-Notebook von Lenovo für nur 979 Euro. Da macht nicht nur das Zocken wieder Spaß, sondern auch das Homeoffice. Das waren unsere Highlight-Produkte. Viele weitere Angebote findet ihr offline oder online unter www.technikkenner.de. Wir freuen uns auf euch, euer Medimax. Bis bald!